Sie schenkt dir weiterhin keine Beachtung. Wie die Haare vieler anderer Dörfler, die du gesehen hast, schauen auch ihre braunen Locken bedingt durch mangelndes Waschen, Zerrissen und verheddert aus. Irgendetwas hat ihr es merkwürdig verschwommen, sogar die Bewegung ihrer Hände, die farblose Fäden handhaben und in ihrer Art von Desinteresse zeugen. Ist die Frau ein Medium? Es könnte sein, dass sie nicht ganz bei sich ist oder gar taub, aber irgendwas fühlt sich falsch an. Während du zusiehst, nimmt ihr Stricken einen merkwürdigen Rückbruch ein und dich beschleicht ein fürchterlicher Verdacht, dass etwas hinter dem lauert, was dir deine Augen zeigen. Auf die Frau konzentrieren. Die bauten Haare sind unwahrscheinlich lang und reichen dir bis zu den Händen. Und als du dem Strom ihrer Locken nach unten folgst, werden die Haare auf einmal lang und schwarz und teilen sich in schwarzen Zehmerne Strähnen auf, die sich um ihre Hände wickeln. Mit den Fäden strickt sie eine Seelenwiege. Mit lang spitzen Fingern, die wie Stricknadeln wirken, flechtet sie vor dir ein Netz. Es wirkt fast hypnotisch auf dich. Die silbernen und schwarzen Strähnen, ihre Haare weben sich zusammen, wobei Silber die dominierende Farbe ist, die schwarz schattiert wird. Und plötzlich bist du ganz ruhig. Du stehst auf einem Plateau, das fast so hoch wie ein Turm ist und mehrere Stockwerke misst. Das Plateau ist wie ein Teller, der unter freiem Himmel liegt. Unterhalb des Plateaus erstreckt sich in allen Himmelsrichtungen ein nebelhafter Wald. Aber ob es sich tatsächlich um Nebel oder um einen visuellen Effekt der Entfernung oder eine Erinnerung handelt, ist dir nicht klar. Über dir ruht einsatzbereit in der Krümmung eines natürlichen Bogens eine große Kupferglocke. Die halb so groß wie ein Mann ist, als ob sie auf dich und das Ereignis herabschauen würde, das sich vor dir entfaltet. Das Plateau hat die Sonnenwärme aufgesaugt und der Fels unter dir fühlt sich rau und warm an. Der Himmel bildet eine Wieg um dich herum. Du fühlst dich anders, nicht körperlos, aber du spürst, dass sich dein Körper und deine körperlichen Konturen zusammen mit deiner Umgebung verändert haben. Und du hörst eine Folge sanften Glockenläutens, das sich wie Windspieler anhört. Mit dem Glockenläuten nimmt die Szene an Farbe und Textur zu, als ob es dich sanft nach vorne rufen und dabei deine Sinn und Gedanken füllen würde. Wie Nebel, der sanft in eine versiegelte Kammer strudelt und auf die Glocke konzentrieren. Das Glockenläutens zieht dich weiter in die Erinnerung hinein und du bist dir sicher, dass es sich um eine Erinnerung handelt und um eine gute noch dazu. Du befindest dich auf der Felsoberfläche des Plateaus. Deine Knie spüren die warme Beschaffenheit des silbernen, weißen Bodens, der wie Adra schimmert. Das Plateau scheint daraus zu bestehen und glänzt in der Sonne. Wow, so viel Adra. Du kannst die Werbe auf deiner Haut, deinen Handgelenken und deinen Händen spüren, die sich in Bewegung befinden. Sie stricken aber keine Fäden, vielmehr sammeln sie und bewegen sie sich fast zärtlich zu den Anfangsdrehungen von Berats Rat. Deine Hände sind feucht, deine Hände liegen auf der Haut eines neugeborenen Kindes und du kannst die Krone eines winzigen Kopfes in ihnen spüren, wie er sich glitschig mit der Nässe des Mutterleibs in deinem Griff dreht. Die Hände des Körpers, in dem du steckst, haben das viele Male getan und sie wirken geübt und sicher, als der Kopf herauskommt und ein Strom von Flüssigkeiten aus dem Mutterleib ihm beim Herausgleiten hilft. Spürst du in deinem Kopf einen entfernten Schmerz und hörst das angestrengte Atem einer Frau und einen Aufschrei. Konzentration auf das Kind und die Bewegung deiner Hände. Während sich deine Hände bewegen, hörst du klares Glockengeläut, das durch den Nebel der Erinnerung schneidet. Du kannst nicht erkennen, von wo es kommt, aber es ist nah und soll beruhigt wirken. Wissen bist du dir sicher? Das Kind aus dem Mutterleib ziehen. Klingt ein bisschen brutal. Komisch. Und beschmeichelt durch deine Hände, löst jede Bewegung ein neues Glockengeläut aus. Das Klingt leitet fast begierig aus dem Geburtskanal, das muss das sein. Und das ist das Tod, deine Hände in Bewegung und Stricken stricken. Bewegen sich entlang eines weichen, nassen Seids, da in einem Nabelschnur, die zwischen den Beinen der nackten Frau vor dir herauskommt. Und du hast ein kleines Kind in den Händen, noch nass von der Geburt. Das Kind stößt einen Schrei voller Leben aus, voller Seele, während das Geläut der Glocken in seinen Gedanken wiederhalt und sie mit Willkommensgrüßen erfüllt. Die Seele ist an den Rädern verschwommen, als ob du eine Seele aus einer anderen Seele heraus betrachten würdest. Soulception. Aber sie ist dort. Es ist am Leben. Die Frau vor dir weint und greift mit ihrem ersten Schrei nach dem Grint. Der Frau das Kind ging. Du gibst dir das Kind, etwas, das du schon viele Male getan hast. Okay, wir gucken gerade durch die Erinnerung eines Geburtshelfer. Und als sich deine Hände bewegen, geht das Glockengeläut mit ihnen einher. Und du erkennst, dass die Glocken mit Schnüren an deinen Handgelenken befestigt sind. Und nun erklingt ihr Wiederhall aus der Erinnerung, auch aus dem Verstand des Kindes. Die Glocken sollen das Kind willkommen heißen. Soll er eine erste sanfte Begrüßung in der Welt darstellen. Ein beruhigendes Geräusch, das von den sanften Bewegungen deiner Handgelenke geführt wird. Du gibst bei wem ein seiner Gedanken, seiner Wahrnehmung und der Erfahrung. Die Frau lacht mit hoher Freude aus ausgetrockneter Kehle. Ihre Gefühle scheinen besänftigt zu sein, aber das physische Zerren der Wehen haben sie erschöpft. Aber das Kind ist da, das Kind ist in Sicherheit. Und auf dem ganzen Plateau herrscht eine friedliche, ruhige, entfernte, schmeichende Stimmung, während die Erinnerung fortfährt. Ziehen wir uns lieber mal langsam aus der Erinnerung zurück. Mit etwas Anstrengung weicht die Farbe aus der Zähne und dein Verstand wird wieder dein eigener. Es gibt kein Ziehen, kein Anker und trotzdem bleibt der Klang der Glocken. So wie sie in der Erinnerung existieren, klingen sie auch hier. Und sie hängen an geflochtenen Zöpfen und an den Handgelenken der Frau vor dir. Auch wenn sich dir der Kopf aufgrund der Behördung ihres Verstandes dreht, ist der Klang der Glocken an ihren Handgelenken kristallklar. Als ob man dich zurück in die reale Welt locken würde. Die Frau sitzt still vor dir, aber sie sieht überhaupt nicht mehr aus wie zuvor. Sie ist streng schwarze, zerfeste Kleidung, die ihre Gestalt wie Bänder verhüllt. Ihre Haare sind schwarz, mit zimmernden Strähnen versetzt. Ihr Alter ist fast so möglich zu bestimmen. Sie hat einfach eine alte Aura, so wie ein eingestürzter Wachturm. Als sie ihren Kopf hebt, um dich anzuschauen, siehst du, dass ihre Haare wie ein Schleier auf ihrem Gesicht liegen. Das erste, was du von ihr sahst, war eine Art mentaler, unbewusster Glanz. Und dir wird klar, dass was du siehst, nicht das ist, was sich der Welt offenbart. Und dass du vielleicht der erste bist, der ihr wahres Ich sieht. Trotzdem spürst du keine Bedrohung in deiner Erkenntnis. Wenn überhaupt, dann strahlt die Gestalt der Erleichterung aus. Du kannst ihre Gedanken hören und siehst vor, dass sie endlich jemand sieht. Was war das? Man sieht mich, aber die Augen der anderen erinnern sich nicht. Du bist der Erste, der mich so sieht, wie ich bin, unverhüllt. In deinem Verstand spürst du eine leichte Berührung, eine Liebkussung und eine Bewegung ihrer linken Hand entspricht ihm zur Berührung, als sie sie zwischen euch nach oben führt. Du hörst das sanfte Läuten der Glocken an ihrem Handgelenk, als sich ihre Hand wie bei einer pantomimischen Bewegung aus der Entfernung auf deiner Wange niederlässt, während sie sanft und langsam spricht. Deine Erinnerungen. Eine Kategorie von Räumen und einem Karavan-Track. Fäber. Fragen bei der Räume-Water. Violent in einem Nachts-Campfire. Arrows in der Nacht. Und... Fliehen. Falle Rock und... Cracking Stone. Und... Sturm. Der Sturm. Deine Erinnerung. Ein Rhythmus von Rädern auf einer Karavan-Straße. Fieber. Fragen neben laufendem Wasser. Sie schluckt und die Glocken erklingen, als ihre Hand zittert. Gewalt an einem nächtlichen Lagefeuer. Pfeile in der Nacht und fliehen. Fallende Felsen platzen der Stein und... Ein Sturm. Seht in ihre Hand steif erhoben. Der Sturm. Hey, das ist unsere Erinnerung an den Prolog. Wo wir mit der Karawane umhergereist sind. Der Sturm, der dich streifte, erweckte dich. Erweckte dich. Sein Schreit aus der Wiege deines Verstandes. Die Frage scheint an euch beide gerichtet zu sein. Die Erinnerung trat es schmerzhaft. Ihr Weinen ist nur schwer zu ignorieren. Sie ist wie ein Kind. Viele aufschreiende Kinder. Ja, ich bin auf einem Bierwack getroffen und hat mich irgendwie verändert. Wir wurden auf unserem Weg nach Goldtal angegriffen. Sieh dich vor, wenn du meinen Verstand oder meine Erlaubnis liest. Was ist bei dieser Plateau-Erinnerung, die wir teilten zwischen uns geschehen? Nehmen wir mal das erste lieber. Ihre Hand zieht sich schüttend zurück und du kannst das da auf den Glockengeläuten abermals hören. Die Frau steht etwas unsicher da, als ob sie längere Zeit gesessen wäre oder zu schwach ist, um ihr eigenes Gewicht zu tragen. Du siehst, dass sich die Haut über ihre Wangenknochen in ihrem hageren Gesicht spannt und obwohl ihre Körperhaltung wackelig ist, scheint sie entschlossen zu sein, vor dir zu stehen. Du kannst mich sehen. Es ist beinahe eine Frage. Plötzlich erkennst du, dass sie nicht zu wissen scheint, was du gesehen hast, als du sie angesehen hast. Das Bild auf dem Plateau und doch war es so klar, so scharf, dass du überrascht bist, dass sie dich dort nicht gespürt hat. Mich zu sehen ist eine seltene Gabe, die Gabe eines Wächters. Außer mit dir habe ich das noch niemals mit deiner lebenden Person machen können. Wie ist es möglich, dass ich in deinen Traum eindringen könnte? Halb ich einer Frau bei der Geburt? Ich war in deinem Kopf und in ihrem auch. Du sagtest, dass du in meinen Gedanken einen Sturm hören konntest. Was weißt du über diesen Sturm? Fangen wir bei das Zweite. So viele Fragen, Gedanken, wirbelnd wie Sturmwinds. Dieser Sturm tost noch immer durch dich. Tief unter deinen Gedanken und doch stumm und geheim. Wie ein unterirdischer Fluss. Ich kann nicht erkennen, ob er sich neue Kanäle schafft oder er das zerfrisst, was seine wahre Stärke begraben hält. Das Fakt, dass du all das hören und überleben konntest, das ist etwas, das noch nicht vielen gelungen ist. Mit jeder Seele, die du berührst, wird deine Kraft steigen, da sie dir ermöglichte, meine Seele zu erreichen. Eine Stille stellt sich ein und obwohl sie kaum ein Herzschlag lang zu dauern scheint, erstreckt sie sich zwischen euch beiden wie ein Sog zwischen ihrem und deinem Verstand. Du blitzest tief ein und bemerkst, dass sie dich etwas fragen möchte. Die Wörter dafür aber nicht findet, als ob sie zusammenzufügen oder zungenbrecher schmerzhaft wäre. Oder als ob es sie einfach nicht Stücke genug gäbe. Den Gedanken zusammenfügen, möchtest du mit mir zusammenreißen? Du spürst eine Welle der Angst, in der die Stärke der Erleichterung mitweht. Das ist zwar merkwürdig, aber ihr Gesitzausdruck verändert sich nicht. Dann löst sich die Furcht auf. Stattdessen spürst du Stärke und Sicherheit. Als würde das Plateau aus ihrer Erinnerung unter dir liegen und ein stimmer Himmel blickt auf dich herab. Trauert tatsächlich ein Medium. Okay, Alof, mach mal Platz. Neue Quest, Trau aus der Erinnerung. Ich traf auf eine merkwürdige Frau, die ich nur als die trauernde Mutter kenne. Sie ist ein mächtiges Medium, das sich vor den Augen anderer verschleiert, obwohl wir durch unsere beider Verstand eine starke Verbindung haben, weil sich kaum etwas über sie geschweigte, woher sie kommt. Als ich die trauerte Mutter zum ersten Mal unterwegs traf, erfuhr ich in einem Traum, oder war es eine Erinnerung an die Geburt eines Kindes? Vielleicht kann die trauerte Mutter mir selbst erklären, was ich da gesehen habe. Okay, jetzt muss ich erstmal bei der Level abmachen. Übrigens haben Medien Fokus-Punkte und damit zaubern sie. Psycho-Welle. Das Ziel wird zwar im Objekt einer erschütterten Explosion. Das klingt schon mal nicht schlecht. Betrügerisches Geflüster. Leveln wir sie mal auf. Ähm, ja. Wissen und Athletik erstmal. So, wir können ihr ein neues Fokus, eine neue Fokus-Fähigkeit geben. Sie sieht schon mal ziemlich interessant aus. Ich glaube, sie ist auch eine Elfin. Wer weiß, ein bisschen gelb im Gesicht. Erzeugt eine giftige physikalische Manifestation der gegenseitigen Anthropie zwischen dem Medium und dem feindlichen Ziel. Jeder, der zwischen die beiden Geräte erleidet Korrosionsschaden. Augenschlag. Elektrisierte die visuellen Rezeptoren eines Verhältnisses, wodurch diese benommen und geblendet wird. Seelenschock.